Hallo Leute, mein Name ist Fabian und im heutigen Video zeige ich dir, wie du eine Online-Wallet für Dogecoin erstellen kannst. Das Ganze macht man hier auf der Website dogechain.info und falls du gar nicht so wirklich an Dogecoin interessiert bist, kann ich dir oben in der Infokarte gerne mal ein Video verlinken, in dem ich die Online-Wallet von blockchain.com zeige. Das Ganze ist die Wallet für Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum oder du kannst auch gerne mal unten in der Videobeschreibung nachschauen. Da zeige ich das Multi-Asset-Wallet Exodus. Ist vielleicht auch ganz interessant. Supporten beide aber leider nicht Dogecoin. Dogecoin wurde in der Vergangenheit mal von Exodus supportet, aber ich finde Dogecoin ist so ein Fun-Coin, man benutzt ihn einfach für ein paar Tipps oder was weiß ich. Ist halt an sich eine schöne Sache mit Dogecoin. Ich sehe ab und zu mal Streamer auf Twitch zum Beispiel, die eine Dogecoin-Adresse haben und ich denke mir, kann man ja mal was donaten, weil es ist einfach so, dass Dogecoin ziemlich wenig Gebühren hat. Meistens sind so die Transaktionsgebühren ein Doge und das ist nicht mal ein Cent, also wirklich sehr, sehr billig und deswegen ist Dogecoin vielleicht im Bereich von Spenden oder so eigentlich eine ganz gute Sache. Deswegen benutze ich ab und zu noch Dogecoin. Ich kaufe mir keine Dogecoins, ich benutze die meisten so oder ich hole mir die von Faucets. Jetzt kann ich euch ja mal gerne einen Faucet unten in der Videobeschreibung verlinken und dann funktioniert das Ganze. Ja gut, jetzt erstmal vorbei mit der Werbung. Wir fangen weiter an, uns hier eine Wallet zu erstellen und dabei klicken wir einfach hier auf Wallet und dann öffnet sich hier eine neue Seite, das lädt dann ganz kurz und dann haben wir hier drei Möglichkeiten. Einmal eine neue Wallet zu erstellen, uns in eine existierende Wallet einzuloggen oder wir können uns ein Paper Wallet redeemen. Das bedeutet, wir tragen hier einen Private Key ein von unserer Paper Wallet und können dadurch auf die Dogecoins, die sich hier auf der Adresse befinden, zugreifen. So, wir wollen aber jetzt eine neue Wallet hier erstellen und damit mache ich mal wieder das schöne neue Fenster auf von 10-Minute-Mail, das was wir auch im letzten Video für Blockchain.com hatten. 10-Minute-Mail empfehle ich euch natürlich nicht zu benutzen, ist ganz klar, denn 10-Minute-Mail ist eine Mail, die ist nur temporär und ihr solltet darauf auf jeden Fall immer Zugriff haben und am besten auch auf eine Mail, eine Mail benutzen, die zwei Stufen Authentifizierung hat. Eventuell mache ich dazu mal ein Video, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Ich trage jetzt, wie gesagt, diese 10-Minute-Mail ein. Ihr tragt eine sichere E-Mail-Adresse ein mit einem sicheren Passwort und am besten zwei Stufen Authentifizierung. So, Passwort nehmen wir wieder ganz provisorisch. Oh, shit. Geht das? Sehr schön. Wieder das leichteste Passwort der Welt. Ich lese es nicht vor, aber es ist wirklich komplett easy. Ihr nehmt da natürlich ein ziemlich starkes Passwort. Würde ich euch jedenfalls empfehlen. Diesen Identifier schreibt ihr euch wieder auf. Ich kopiere den jetzt einfach. Das Ganze ist bei mir nicht so schlimm, wenn ich den verliere, weil ich werde diese Wallet nie wieder benutzen mit diesem Identifier, weil ich es jetzt ja schon in diesem Video gezeigt habe und das wirklich ziemlich unsicher ist. Ihr schreibt euch den Identifier natürlich auf und speichert den an einem sicheren Ort. Denn jeder, der euer Passwort und diesen Identifier kennt, kann sich in eure Wallet einloggen. So, jetzt machen wir direkt die Wallet auf. Und so sieht das Ganze aus. Das ist relativ einfach. Hier haben wir verschiedene Reiter. Bevor ich die jetzt aber kurz erkläre, zeige ich euch mal ganz kurz, wie das mit dem Einloggen funktioniert. Ihr klickt einfach hier auf Login. Und diesen Identifier, mit dem wir uns gerade registriert haben, ist am meisten schon automatisch drin. Ihr solltet aber trotzdem gucken, dass ihr euch diesen Identifier immer aufschreibt, falls ihr, keine Ahnung, mal euren Browser oder so löscht oder was weiß ich, eure Cookies oder was auch immer. Dann kann es sein, dass das Ganze hier nicht mehr automatisch eingefügt wird. Und ihr möchtet natürlich nicht den Zugriff auf eure Wallet verlieren. Ich glaube, ich habe eine Zahl zu viel reingepackt. Müsste funktionieren. Alles klar. Eine weitere Sache, durch die ihr eure Wallet noch sicherer machen könnt und eure Wallet speichern könnt, ohne diesen Identifier, falls dogechain.info irgendwann mal nicht mehr existieren sollte, gibt es natürlich immer die Möglichkeit mit diesem Private Key. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Diesen Private Key finden wir unter, ja, können wir einfach mal so machen, Paypal Wallet, ganz genau. Und hier befindet sich dann unsere Adresse. Man kann natürlich mehrere Adressen in einer Wallet haben. Das ist gar kein Problem. Die Adresse, diese DEWW, sehen wir hier unten. Das ist die Adresse. Und zu dieser haben wir jetzt hier einen Private Key hier unten. Den müsst ihr euch auf jeden Fall aufschreiben und einen sicheren Ort speichern. Mit speichern meine ich aber nicht auf dem PC, sondern in physischer Form auf einem Blatt Papier zum Beispiel. Ich kann euch gerne mal ein Video unten in der Videobeschreibung verlinken vom Dr. Julian Hosp. Der hat ein Video dazu gemacht, wie man einen Private Key sicher speichern kann. Kann ich gerne mal machen. So. Wenn ihr diesen Private Key hier seht, dann heißt es auch, dass ihr theoretisch auf alle Dogecoins, die sich in meiner Adresse hier oben befinden, Zugriff hättet. Ich zensiere das Ganze jetzt hier nicht. Wie gesagt, ich habe auf diese Adresse hier keine Dogecoins drauf. Ihr solltet aber euren Private Key natürlich und selbstverständlich an einem sicheren Ort aufbewahren und natürlich niemandem zeigen. Denn jeder, der über euren Private Key verfügt, kann über eure Dogecoins verfügen. Ich sage es immer wieder, aber es ist einfach nur wichtig. Und ich sage es lieber doppelt als einmal zu wenig. So. Und hier gibt es jetzt Transaktionshistorie, so wie man es kennt. Man kann natürlich Dogecoins senden. An einen Private Key kann man tatsächlich nicht senden. Also immer schön die Adresse weitergeben, falls ihr von irgendjemand Dogecoins bekommen möchtet. Die können wir jetzt hier pasten. Wir könnten theoretisch Dogecoins an uns selber senden. Das ist gar kein Problem. Und hier kann man natürlich eintragen, wie viel man senden möchte. Hier unten ist ein Network Fee. Das ist meistens so ein Doge. Wenn ihr wirklich mehr sendet, zum Beispiel 10.000 oder was weiß ich, dann kann das schon mal ein bisschen höher gehen. Aber ist auch gar kein Problem, weil Dogecoin ist mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stand ist momentan, aber so ungefähr einen halben Cent oder so ist ein Dogecoin. Und wenn ihr da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Dollar sendet und dann einen Cent Transaktionsgebühren zahlt, ist das auch wirklich kein Problem. Und es geht meistens auch relativ schnell. Hier findet ihr Adressen bei Receive. Die könnt ihr einfach kopieren, so wie es auch hier bei Wallet war. Wenn ihr euren Private Key aufschreibt, müsst ihr natürlich gucken, dass ihr den Private Key von eurer Adresse aufschreibt und nicht von irgendeiner anderen Adresse. Das Ganze bringt dann natürlich nichts mehr. Wir können hier neue Adressen erstellen hier unten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier ran Dogecoins überweise, aber von dieser Adresse hier unten den Private Key aufschreibe, ich glaube, der lässt sich jetzt gar nicht anzeigen, Public Key steht hier nur, dann ist das Ganze natürlich ein Problem. Denn wenn ihr den Private Key von der unteren Adresse aufschreibt, könnt ihr auf die oberen Adressen natürlich nicht zugreifen. Hier gibt es noch Import und Export. Das heißt, man kann hier e-crypted und un-crypted Private Keys zum Beispiel oder Wallet Files hier. Achso, das ist Export. Bei Import könnt ihr das Ganze importieren mit einem Private Key. Und hier unten seht ihr dann die Private Keys, eure Adressen. Ganz genau hier befinden sich beide Adressen. Also am besten alles, was hier steht, schreibt ihr einfach mal auf auf ein Blatt Papier. Ihr müsst natürlich die ganzen Klammern und so nicht aufschreiben. Oder ihr schreibt einfach nur die Private Keys auf. Dann ist das Ganze natürlich auch eine wichtige Sache. Also den Shared Key natürlich nicht, sondern Private Key. Der ist wichtig. Den solltet ihr euch aufschreiben. Und dann seid ihr meistens auf der sicheren Seite. So, das war mehr oder weniger schon das Video zu Dogecoin. Mich interessiert es mal, wenn ich hier draufklicke, Werden dann beide Adressen angezeigt oder nur eine? Ich glaube beide. Ah ja, ganz genau. Werden direkt beide angezeigt. Also wie gesagt, die Private Keys an einem sicheren Ort speichern und niemand zeigt, jeder der über eure Private Keys verfügt, kann über eure Dogecoins verfügen. Ganz genau so ist es auch beim Bitcoin. Einfach sich aufbewahren, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, das war es schon mit diesem Video. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr ein weiteres Wallet Video sehen möchtet, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.